Ja und es geht weiter mit Let's Play Minecraft. Tür zu. Da hin. No waypoint for the server. Ich hab aber kein Server. Jetzt schon mal dunkel. Ich hab die Zeit, wenn wir schlafen gehen. So. Die Minute kommt jetzt schon auf wieder. So. Ich hab ein bisschen Wanderschaft. Genau. Ich hab ein bisschen. Stein. Genau. Ich hab diesen Hirn gegeben. Genau. Ja. Genau. Genau. Okay. Ich hab schon hier. Das Zusammenbauen ist die Spitzhacke zerbricht. So, das war die Spitzhacke. Was haben wir hier so alles? Hm, nicht viel. So. Hier will ich den Garten noch ein bisschen erweitern. Ah, fest Nase. So, eins, zwei, drei, vier, so. So, eins, zwei, drei, vier, so. So, eins, zwei, drei, vier, so. Was ist die Spitzhacke? So, eins, zwei, drei, vier, so. Oh, hier, da ist fertig. So, was ist denn einfacher für mich? So, was ist denn einfacher für mich? Ich glaube, ich mach einmal rum. Und zwar... So. Dann kann ich hier wenigstens noch ein bisschen was anbauen. So. So, den reißen wir ab. Genau, genau, genau. So, holen wir mal eine Schaufel da. Ein bisschen Erde klatschen. Lass, ich mach mal kurz hinten. Platz hier so. Jetzt wird gleich was passieren, was ihr nicht sehen solltet. solltet hier drauf und kommen die sachen ja eben kurz minecraft abgestürzt ein bisschen platz hier machen so mehr brauche ich nicht genau so lassen wir es genau so so geklappt und fertig jetzt muss ich doch andersrum so, den Zaun hole ich jetzt raus den brauche ich ja jetzt auch andere Seite wieder zu wenig Zaun ja so, Kies habe ich hier da muss ich wohl noch ein bisschen klatschen und dann höre ich so, dann habe ich gleich erstmal 10 Minuten aufgenommen so, dann höre ich auch noch auf wieder für heute auf jo was gibt es sonst noch wo das berauschen ist von meiner Seite aus so geht nicht weiter auf so das reicht ja vollkommen so so das ist einfach so hm das hat aber dann noch geklappt so wie viele Minuten nehme ich jetzt schon auf oh 10 Minuten schon so so und fertig gleich jo dann war es das wie gesagt noch ne noch nicht ich mache jetzt hier einiges fertig hier noch schnell das brauche ich was brauche ich denn noch die holz hacke brauche ich und das brauche ich und das und das so bisschen Sand klatschen hey hey genau so das war der Sand und das so kann ich schon so das sollte nicht passieren so so das sollte nicht passieren was brauche ich so nicht es die nicht wir haben die 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 das die 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 So, jetzt läuft es schon. Muss ich jetzt schnell machen? Ja. So, jetzt läuft es schon. Bisschen hier noch arbeiten. So, Zuckerwurst noch schnell dahin. So, jetzt noch mal hier ein bisschen Wasserfarben. So, jetzt die Holzsacke brauche ich auch. So, jetzt kommt es schon. 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 Folge von heute, also bis morgen, also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.